So Leute, willkommen zurück. Ich war gestern wieder trainieren, so wie ich eigentlich immer trainieren war und ich habe gedacht, okay, ich habe lange nichts mehr aufgenommen, nehme ich erst mal wieder mein Training und ja, vielfach jedes Mal beginnst du wieder mit Bankdrücken. Also ich habe das jetzt immer noch so gepaart, Bankdrücken und Kniebeugen und mittlerweile sage ich, okay, ich mache Bankdrücken immer vor Kniebeugen, weil halt eben, wenn ich Kniebeugen mache, dann belastet mich das schon so sehr, dass hier am Ende mein Bankdrücken schwächer ist. Andersherum aber nicht, also mein Bankdrücken belastet mich nicht so sehr, dass ich sozusagen meine Kniebeugen darunter leiden. Und deswegen mache ich sozusagen als erstes das leichte Bankdrücken und danach kommt Kniebeugen. Ja, beim Bankdrücken waren es halt eben 120 Kilo für 4 Sätze und 5 Wiederholungen. Und dann beim Kniebeugen waren das 152 Kilo für 7 Wiederholungen und 3 Sätze. Ich habe mein Training jetzt so umgestellt, dass ich vier Mal die Woche Bankdrücken mache, vier Mal die Woche Kniebeugen und das immer zusammen. Und dann zweimal die Woche kreuzheben und dann nur einmal schwer kreuzheben. Und danach, nachdem ich sozusagen meine Powerlifting-Übungen gemacht habe, mache ich sozusagen die Bodybuilding-Übungen und die sind jeden Tag gleich. Also ich habe praktisch ein Ganzkörpertraining und vier Mal die Woche mache ich sogar komplett das gleiche Training. Und zweimal die Woche mache ich statt Kniebeugen kreuzheben und Overheadpress. Und also nach den Kniebeugen habe ich dann Latzigen gemacht mit dem Engengriff. Ich finde das einfach besser, angenehmer für die Handgelenke, für die Arme und so weiter. Das so zu ziehen mit dem Engengriff als so zu weit zu ziehen mit dem Weitengriff. Deswegen habe ich das letzte Mal das Engen genommen. Und danach noch eine andere Übung für Rudern. Also jeweils zwei Sätze, zwei Sätze Latzigen, zwei Sätze Rudern. Und auch bei den Bodybuilding-Übungen merke ich mir das Gewicht und achte darauf, dass ich mich steigere. Also ich mache jedes Mal bei den Bodybuilding-Übungen zehn Wiederholungen, wo es geht. Und gucke dann, dass ich immer dasselbe Gewicht habe wie letztes Mal oder vielleicht ein bisschen mehr. Also beim Latzigen mache ich gerade 105 Kilo für zehn Wiederholungen und zwei Sätze. Und beim Bruder mache ich gerade 100 Kilo für zehn Wiederholungen und zwei Sätze. Und da muss man dann schauen. Also da versuche ich dann jedes Mal zu gucken, geht das besser, geht das schwerer, kann ich vielleicht erhöhen und so weiter. Dass ich dann da auch Progression habe beim Training und wirklich weiß, okay, ich bin stärker geworden oder ich bin schwächer geworden. Danach kommen dann seitliche Schultern. Auch drei Sätze zehn Wiederholungen. Und da versuche ich halt eben auch mich zu steigern. Ich bin jetzt bei 17,5 Kilo. Und das Sobe ist halt eben der Sprung von 17,5 auf 20 Kilo. Ist natürlich ein ziemlich großer, da dauert es wahrscheinlich schon etwas länger. Ähm, finde ich jetzt irgendwie ein bisschen doof bei Kreuzheben, was weiß ich. Wenn man sich sozusagen von 200 Kilo auf 202,5 steigert, ist das was anderes, als wenn man sich von 17,5 auf 20 steigert. Wenn ich mal kurz ausrechne, wie viel, das wäre ja fast die zehnfache Steigerung, die beim Kreuzheben jetzt so grob gesagt. Also es wäre so, als würde ich von, ja praktisch bei Kreuzheben von 170,5 direkt auf 200 springen. Deswegen wollte ich nochmal kurz sagen. Und ähm, dann ist es so, danach, nach den seitlichen Schultern, mache ich dann nochmal Bauch. Zwei Sätze, äh, Toes to Bar. Das mache ich deswegen, weil das sozusagen auch so eine festgelegte Range of Motion ist. Also von Beinen unten hängen lassen bis oben an die Stange. Das ist halt einfach so ein bisschen, so wie beim Bankdrücken oder Kniebeugen, dass es halt einfach eine Regel gibt, was eine volle Wrap ist. Das ist ja zum Beispiel bei, bei vielen Übungen, gerade Isolationsübungen, ist das jetzt schwierig zu definieren. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann nehme ich mir auch eine Übung, wo man ganz klar weiß, das ist eine volle Wrap. Und dann merke ich daran halt auch meine Steigerung. Wenn ich jetzt sozusagen zehnmal meine Toes to Bar mache und dann merke, okay, das nächste Mal gehen elf oder zwölf und so weiter. Dann merke ich da auch, okay, da bin ich stärker geworden. Und nicht, weil ich halt irgendwie gecheatet habe oder so, weil ich kürzere Range of Motion genommen habe, habe ich dann zwölf Sätze bekommen, äh, zwölf Wraps bekommen. So, und danach meine nochmal was für die hinteren Schultern. Viele machen Face Pulls, aber ich finde das an der Maschine schöner, also Reverse Flies. Da kann man sich so schön reinsetzen, das ist nochmal schon ganz nah an der Umkleide. Gehe ich nochmal kurz hin, setze mich da ran und mache ein bisschen Reverse Flies. Wie gesagt, da genau dasselbe, ähm, mit dem Gewicht 65 Kilo mache ich da gerade für zehn Wiederholungen und versuche da auch mich zu steigern. Und, ja, so sieht mein Training aus. Gerade alle Übungen nach den Grundübungen sind immer gleich, die mache ich jeden Tag und versuche mich da zu steigern. Und werde das auch erstmal so beibehalten, bis es mir irgendwann langweilig wird. Und ich sage, ach, mache ich lieber doch, vielleicht nicht eine andere Übung für Rücken und eine andere Übung für seitliche Schritte. Aber im Moment ist es so, so wie es ist. So, das dazu, zu meinem neuen Trainingsplan und so weiter. Ähm, jetzt ist, ich glaube, Donnerstag. Auf jeden Fall, ich gehe gleich zum Training und, ähm, da steht jetzt nochmal Kreuzheben dran. Sogar schweres Kreuzheben, einmal in der Woche. Ähm, und, ach genau, das kann ich dazu auch noch sagen. Ich habe meinen Plan so weit umgestellt, dass ich einmal die Woche einen Satz mache mit fünf Wiederholungen. Und versuche mich jedes Mal zu steigern auf fünf Kilogramm. Das ist jetzt von Starting Strengths übernommen. Viele Leute haben mit diesem System riesige Fortschritte gemacht. Das ist ja jetzt nicht umsonst in Starting Strengths. Eines der, oder vielleicht sogar das beliebteste Anfängerprogramm im Krafttraining. Und, ähm, deswegen habe ich gedacht, okay, was soll ich so tun, jetzt wüsste ich alles besser. Probiere ich das auch einfach mal aus. Ähm, ist Fahrzeug erstmal ein bisschen ungewohnt, wo man so denkt, so, okay, nur ein Satz die Woche. Ähm, aber es scheint zu funktionieren. Ich habe mit 180 Kilo angefangen und habe dann mich gesteigert auf 190 Kilo, dann 195, 200, 205. Letzte Woche 210 Kilo. Und diese Woche probieren wir mal 215 Kilo aus. Man weiß natürlich nie, könnte natürlich sein, dass ich das jetzt diese Woche auch nicht schaffe. Irgendwann ist natürlich auch mal eine Grenze, das ist klar. Aber, wäre cool, wenn ich heute 215 Kilo zu fünf Wiederholungen schaffen würde. Und, ähm, das sehen wir gleich mal. Dann, bis gleich beim Training. 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 Ich hab schon versucht, vorsichtig aufzusehen. Oh Gott.